Jungs einer von euch war zu mir frech warum erst mal die die außerhalb stehen die nach einem menschenmengen jungs sie haben keine zeit die wollen gleich los gleich ist schlafen zu sein aber jetzt beeilt euch mal warum war einer von euch frech zu mir ich bin ja ich bin der red ich weiß nicht wer das war holt ihr mal her ich bin der red man immer noch ich hab ja wer sagt doch mal wer das war denn was soll ich sein namen ich stehe da guck mal ich bin der ganze namen stehen gewesen da kommt zwei von euch glatzkopf ich fick dich durch unseren wäßt das gewesen ich verarschen halt hier muss ich mir nicht mal sagen ich gebe euch ein tipp wahlah ich hol jetzt meine waffe raus wenn ihr auf sich verpiss ich schuhe bei gott ich schweck euch ganz einfach guck mal guck mal ich schweck jetzt meine waffe raus ich gebe euch einfach ich gebe euch drei sekunden ganz einfach drei sekunden ganz einfach alle waffen raus jungs alle waffen raus drei gefickt haben wir noch einmal raus ich bin 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 wir haben jetzt die wir ziehen ab wir ziehen ab red man hat wie ein krieger gekämpft die wird die trotz die nix zu machen die kommt die ganze Welt wurden die alle hops genommen er hat wie ein mann gekämpft oder wurden die alle hops genommen wie meinst du dich auf dem boden ja da liegen schon ein paar rum oder ja die wurden gefiegt warum glitsch hier durch die wand machen was ist denn glitschen der herr